Ich wollte einfach nur die, 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 die besonderen, besonderen Bip, 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 Bip in der Melodie zählen, weiß nicht. Leute, es ist endlich soweit. Ein Update kam für Werbung Millionär und ich hoffe, es ist das Update, was ich, was ich so lange erwarte. Und es ist tatsächlich so! Wir haben endlich unser Update! Neue Kategorien! Und es sind geile Kategorien! Fernsehserien! Alter, ich liebe es! Preis 3500! Willst du mich verarschen? Wir können uns gerade mal Küchen der Welt leisten! Wen interessiert Küchen der Welt? Und Harry Potter und Star Wars und alles mögliche! Harry Potter kostet 4500! Alter, wie viel muss ich denn da noch spielen? Okay, Leute, ich habe noch echt viel... Also Fernsehserien möchte ich haben, Superhelden hätte ich gerne, Star Wars kenne ich mich zu wenig aus, aber wäre auch schon interessant. Harry Potter hätte ich gerne, Disney, Manga, für viele von euch wahrscheinlich auch wahnsinnig interessant. Fußball interessiert mich in Scheiß, die können sie behalten. Und wir kaufen uns auf jeden Fall erstmal... Ja, wobei Küchen... Die sollten vielleicht sparen, oder? Küchen der Welt ist eigentlich langweilig. Ja, dann sparen wir Geld. Dann sparen wir das Geld. Aber das heißt, ich habe jetzt noch mehr Grund zu spielen. Und wir haben den Mehrspieler-Online-Modus! Und den muss ich gleich mal testen. Das, was auf der international besten... Oh komm, erstmal Deutschland, oder? Das, was auf der Playstation 4 schon lange vorhanden ist, gibt es jetzt endlich auch auf der Switch. Und ich bin mega gespannt darauf, wie das ist. Und ja, ich fühle mich ein bisschen eingeschüchtert. 1 von 100, was? Du kehrst zurück ins Menü! Das funktioniert ja super! Ich weiß nicht, ob das klappt. Ich probiere das jetzt so lange aus, bis es klappt, oder? Zur Not muss ich international machen. Wenn es in Deutschland zu wenige gibt, die das jetzt gerade spielen. Sag mal! Gut, dass wir das testen. Übrigens, da ist ein weißer Fleck. Das ist vom Green Screen. Der gibt schon wieder auf. Es scheint schon wieder schön, die Sonne draußen. Und ich sitze hier und ärgere mich damit, dass der Mehrspieler-Modus nicht funktioniert. Okay, dann versuchen wir jetzt einfach mal international. Mal gucken, ob das besser funktioniert. Oh Gott, es funktioniert. Kommen jetzt die Fragen auf Englisch? Who's the next president of the United States of America? Donald J. Trump or Joe... Whatever for... Buchstabe Biden. Mann, jetzt nervt mich schon wieder mein Greenscreen. Okay, wir haben eh noch 60 Sekunden. Ich gehe mal kurz das Fenster zumachen. Was heißt Fenster zumachen? Ich habe nur die Jalousie runtergemacht. Ähm, ja, ich bin mega gespannt darauf, was das jetzt ist. Und ihr wisst, ihr kennt mich. Ihr kennt mich. Das wird nicht lange dauern, bis ich rausfliege. In die besten Liste schaffe ich es höchstens in die letzten Plätze. Auf die letzten Plätze. Seht ihr? Meine grammatikalische Weisheit ist offensichtlich auch noch nicht mal gerade sehr, sehr groß. Wir versuchen trotzdem unser Bestes. Ich gebe mein Bestes und, ähm, ja, hoffe, dass es ein richtig tolles Update wird. Was ich nicht ganz verstehe, ist, dass man das halt wirklich nicht am Anfang an schon rausgebracht hat, wenn es eben für Playstation 4 offensichtlich auch schon draußen war. Da hätte ich doch lieber gesagt an Nintendos Stelle, wir veröffentlichen das Spiel einfach eine Woche später oder sowas und haben dann wirklich alles enthalten. Weil das hat mich schon ein bisschen abgeschreckt. Also für 40 Euro war das echt wenig. Und wenn das jetzt gut funktionieren sollte, dann hätte das echt nochmal einen ordentlichen Pluspunkt bei mir. Keine Spieler gefunden. Okay, zugegebenermaßen, wir haben kurz vor eins an einem Wochentag, wahrscheinlich spielt das jetzt gerade keiner, aber international sollte doch eigentlich meinen, dass da irgendjemand dabei ist, der das spielen möchte. Naja, egal. Was ist eigentlich mit dem Familienmodus? Den haben wir auch noch nie gespielt, ne? Kandidaten, ah, man muss zu zweit oder zu dritt oder zu viert. Alter, bis zu, Alter, wie viele Leute können denn da sein? Das ist krass. Mehr Spiele lokal, das bringt mir ja auch nichts, weil ich nur, jeder gegen jeden. Ich kann ja gegen mich selbst antreten, das ist natürlich auch gut. Na gut, dann würde ich sagen, belassen wir es einfach bei der Normalgeschichte. Jetzt, ich habe euch auf jeden Fall, ah, okay, hier sieht man jetzt auch. Ich habe euch auf jeden Fall jetzt gezeigt, was hier alles möglich ist. Ah, und die könnte ich jetzt sogar hier kaufen. Und was alles neu ist. Aber wir müssen dafür ja echt sparen, Leute. Und das heißt, ihr habt vollkommen recht, ich sollte wahrscheinlich auch aufhören, wenn ich das Gefühl habe, ich möchte die Punkte mit nach Hause nehmen, wenn ich nicht mehr weiter weiß. Und das mache ich jetzt auch. Wir belassen es dabei, wie es jetzt hier gerade ist. Und behalten diese Kategorien. Treten mit einem, mit einer weisen Chun an. Und, äh, ja. Versuchen unser Bestes. Und wenn ich das Gefühl habe, ich weiß es nicht, werde ich einen Joker verwelten. Und wenn ich das Gefühl habe, wenn ich das Gefühl habe, ich möchte, ich kann hier nicht mehr weiter, ich riskiere es nicht mehr. Ich nehme die Punkte mit nach Hause, okay? Versprochen. Aber endlich ist das Update da. Ich freue mich. Ich freue mich mega. Günther Jauch, was sagst du dazu? Herzlich willkommen bei Wer wird Millionär? Beim Quiz um eine Million Euro. Sound ist auch endlich da. Geil! Ja! Super! Das beste Update aller Zeiten. Das beste Update. Ziprin und Entschlossenheit sind die Grundsteine des Erfolgs. Das werde ich beweisen. Das werde ich auch beweisen. Jetzt bin ich auch richtig... Ja, ey, davor konnte man das ja Spiel ja nicht ernst nehmen. Deswegen habe ich die ganze Zeit verloren. Jetzt ist da Ton. Jetzt nehme ich das Spiel natürlich komplett ernst. Und auch endlich einen Euro. Wir werden diese Gewinnpyramide gemeinsam Schritt für Schritt erklimmen. Ah. Seht ihr? Das motiviert doch viel mehr. Wenn ein Fake Günther Jauch hat, wir werden es gemeinsam tun. Das klimpt so oft nicht richtig. Den Publikumsjoker und die Frage wechseln. Na dann? Nun kommt eine ganz neue Frage für Sie. Was trägt ein Soldat schon mal auf dem Kopf? Haare. Schiffchen? Kähnchen? Bötchen? Oder Kutterchen? Ein Schiffchen nennt man das. Hat man gerade ihr nervöses Lachen gehört? Ah, natürlich. Das klang irgendwie komisch. Ja, also ich würde das schon gerne notieren. Ach komm, die Anfangsschlagen können wir wieder schnell machen. Alter, das Spiel ist tausendmal besser geworden jetzt. Welches Tierbaby ist nicht auf allen Vieren unterwegs? Das Ferkel, das Lamm, das Küken oder der Welpe? Ja, das Ferkel natürlich. Das ist doch die Bundeskanzlerin. Ach nee, die hieß Merkel. Entschuldigung. Ähm, dann ist es das Küken, würde ich sagen. Entschuldigen Sie bitte von Merkel. Nun kommt eine ganz neue Frage für Sie. Ich dachte, eine alte. Großen Blödsinn oder dumme Fehler nennt man in den Umgangssprachen auch Toffiismus. Kuhfladen, Pferdeäpfel, Hasenkötel oder Bockmist. Das ist der Bockmist. Kenne ich mich sehr gut mit aus. Wie fühl ich bitte? Und genau so ist es. Gut vorbereitet. Ihre neue Frage steht bereit. Viel Glück. Was ist Bestandteil der Erde? Erdhemd. Erdhose. Erdhut. Erdmantel. Erdmantel. Es ist der Erdmantel. Natürlich. Ich glaube, du hättest einen Mantel, der aus Erde wäre. Wäre das nicht eigentlich ein gutes Zeichen für die Umwelt? Mein Mantel besteht nur aus Erde. Ein richtiger Antwort. Jawohl. Vertrauen Sie Ihrem Wissen und sich selbst. Denn hier ist die nächste Frage. Oh. 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 Ja, Danila, ihr dürft mir jetzt gerne ein großes Paket voller Margarine schicken. Als Dankeschön für die Werbe. Als Dankeschön für die Werbe. Wer gilt als Vater der Wasserstoffbombe? Edward Teller, John Tassel, Charles Gable oder Andrew Messer? Also Gable ist so ein typischer Name für Amerika. Und Charles klingt ja auch, also John Tassel, Teller, Messer. Also ich wäre für Charles Gable, aber soll ich es jetzt riskieren? Ich nehme den 50-50-Joker, ich bin mir nicht sicher. Und wenn Gable da ist, dann nehme ich ihn auf. Oh Gott, ich hätte es fast falsch gemacht. Dann ist es Edward Teller. Boah, ich hätte es fast falsch gemacht. Aber gut, ich weiß immer noch nicht, ob es richtig ist. Aber das hat mich jetzt schon mal richtig. Ich muss aufhören zu... Ah, scheiße. Oh. Gable, ich kenne Clark Gable, weiss? Von Walk of Fame. Hollywood Walk of Fame. Da steht auf jeden Fall Clark Gable drauf. Und deswegen habe ich Gable gedacht und so und das passt. Aber okay, voll falsche Richtung. Was ist nicht Bestandteil des menschlichen Herzens? Die Vorhöfe, die Klappen, die Lappen oder die Kammern? Es sind die Lappen. Von allen drei kenne ich. Vorhöfe, äh, Vorhöfe, Klappen und Kammern kenne ich. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ich muss Sie fragen, sind Sie sich sicher? Da brauche ich jetzt wirklich keinen Joker. Ich bin, wenn das falsch ist, bin ich ein absoluter Lappen. Und in dem Sinne haben wir dann auf jeden Fall so oder so recht, oder? Und genau so ist es. Seht ihr, ich bin viel besser in dem Spiel, wenn geredet wird. Wie nennen die Berliner den Fernsehturm auf dem Alexanderplatz? Langer Ede, Café Westblick, Honeytower oder Telespargel? Ich glaube, ich habe Langer Ede schon mal irgendwo gehört. Aber ich wäre mir jetzt auch nicht hundertprozentig sicher. Ich frage mal das Publikum. Aber ich bin für Langer Ede tatsächlich. Liebes Publikum, wenn ihr für Langer Ede stimmt, ich habe es euch jetzt vorgesagt. Telespargel. Aber das auch nur die Hälfte. B für mich, bitte. Ist das Ihre Antwort? Das klingt überhaupt nicht richtig. Ja, das ist definitiv meine Antwort. Die Wahl ist getroffen. Das ist der Chor. Telespargel? Wer nennt das denn Telespargel? Der hat die Stufe nicht erheißen, der fast schon erreicht. Okay, ich bin kein Berliner. Ich kenne die Geschichte dahinter nicht. Vielleicht fiel da mal irgendeine neue Frage gestellt. Pott voll Spargel runter oder so. Wie nennt sich die Mutter von Uwe Ochsenknechts erstem Kind? Kathi Litt, Emma Schatten, Mia Lipp oder Kim Gloss? Die Mutter von Uwe Ochsenknechts erstem Enkelkind. Ist das nicht die, die mit dem Fuzi da aus dem In... Ich bin mir nicht sicher. Ich ruf jemanden an. Ich glaube, das war im Dschungelcamp, haben die sich doch kennengelernt, oder? Ist das nicht Kim Gloss? Also ich denke, es ist D. Aber wer weiß denn das? Meine zwei Brüder? Der Vater oder die Oma? Die Oma weiß das nicht. Der Sven, der guckt immer Dschungelcamp. Der weiß das. Hallo, hier ist Svens Anrufbeantworter. Ich... Oh nein, das gibt es nicht. Er kann doch nicht einfach weggehen, während... ...reingelegt. Alles gut, ich bin da. Schieß los. Lies die Frage vor, um sie zu beantworten. Es ist D. Es muss D sein. Okay. Dankeschön, Sven. Du Arsch. Ich hasse dich. Für mich ist das D. Oh, wie geil ist das denn? Das Spiel ist tausendmal besser geworden. Durch die Übersetzung. Das ist definitiv meine Antwort. Davor habe ich halt immer weggeskippt, weil ich das nicht selber lesen wollte und so weiter. Aber so ist das viel cooler. Ja, aber ich war mir... Aber seht ihr, ich bin vorsichtig geworden. Ich dachte jetzt auch, es wäre Kim Gloss. War mir echt ziemlich sicher, aber nicht hundertprozentig. Und deswegen habe ich es mir nicht getraut. Können Sie auch diese neue Frage beantworten? Bei welchem Film hat Ridley Scott nicht Regie geführt? Alien, doch. Top Gun, weiß ich nicht. Der Blade Runner oder die Akte Jane. Tatsächlich weiß ich es nicht. Ich weiß nur, dass Alien auf jeden Fall von Ridley Scott ist. Ich würde jetzt mal zwischen B und C tendieren, aber ich muss die Frage wechseln. B oder C hätte ich jetzt gekippt. Ich hoffe, es bringt Ihnen Glück. Es wäre B gewesen, Top Gun. Okay. Jetzt haben wir keine Joker mehr. Ich bin einfach zu schlecht. So schnell wie Sie vorankommen, sollte die nächste Frage kein Problem für Sie sein. Was sind Gelber, Zentner, Babybeer und Sweet Dumpling? Äpfel, Bananen, Kürbisse oder Kartoffeln? Ich muss irgendwie an Kürbisse denken. Wir sind so kurz davor von den 16.000. Und hier hätten wir safe. Schade. Die Zeit ist abgelaufen, ohne dass Sie eine Wahl getroffen haben. Ich dachte, das nimmt das dann automatisch. Da, wo ich gerade drauf bin. Ich hätte drücken müssen. Ich wäre weitergekommen. Scheiße. Ich wäre weitergekommen, Leute. Ich wollte eigentlich drücken, aber ich habe gedacht, wenn die Zeit abläuft, dann geht das automatisch da, wo du drücken. Okay, war falsch gedacht. Absolut Schwachsinn von mir. Aber ich wäre weitergekommen. Ich fühle mich jetzt echt schlecht. Wir haben nur 40 Punkte gekriegt, weil wir wieder auf 500 Euro runtergefallen sind. So wird das nichts mit den neuen Fragenpaketen. Ja, Leute. Wenn es euch trotzdem gefallen hat und ihr mehr sehen möchtet von den neuen Updates und von den neuen Fragenpaketen. die vielleicht irgendwann mal kommen könnten. Dann gebt dem Video doch eine positive Bewertung und wir machen weiter mit Werbe-Video-Media. Jetzt haben wir wieder einen Grund. Update ist da. Also in diesem Sinne. Bis zum nächsten Mal, Leute. Macht's gut. Bewertung nicht vergessen. Tschüss.